Ich muss mal schauen, wie sieht denn das mit der Zeit aus? Soll ich langsam zum Ende kommen, so zwei, drei, fünf? Ja? Dann bin ich noch bei zwei dabei. So was, was ich hier euch spiele, wird es eigentlich so ungefähr 1 zu 1 das, was ich mit Leuten auch in der S-Bahn spiele. Ich bin immer wieder sehr erstaunt, dass sie das gut finden. Finden die aber gut. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die alle genauso die Schnauze von den ganzen Quatsch haben, wie wir alle. Oder irgendwie aber weder den Arsch hochkriegen, noch das Maul aufmacht, um selbst was zu ändern. Und das Finden so gut, wenn wenigstens irgendjemand irgendwas sagt oder singt. Das ist ja auch ganz gut. Aber es gibt manchmal Leute, die dann sagen, Mensch, ja, schöne Sache mit dem Gitarre springen, das klarkkriegen kannst du auch halbwegs, das ist in Ordnung. Irgendwie ist das schon in Ordnung, aber geht es nicht mal ein bisschen netter? Ich habe es mal versucht. Ein positives Lied. Frühmorgens sind da, wenn ich singen lieb, packen, fänge ein Mann für Wunde. Paar Minuten später mache ich dann wie immer mit dem Wetter meine Runde. Quatsch mich, Typ hat sein, der fand's ganz gut. Ist mehr musikalisch auf seinem Stil, aber ob ich nicht mal was Positives singen will. Ja, damit ist er nicht allein, das geht schon manchen so. Die sehen zwar, was hier schiefläuft, wir haben aber auch mal froh, was ganz anderes zu hören, als den ganzen Scheiß, der sich hier Tag für Tag umgibt. Na gut, dies ist ein positives Lied. Dass der ganze Scheiß, der bald zusammenbricht, da bin ich optimistisch. Das war dann ja auch die Nötigstrukturen, harm okay. Da bin ich optimistisch. Ob was wirklich ganz ohne Gewalten kriegen, naja, es sieht zwar nicht so aus. Aber da ich hier nur die Lebensweg spielen will, geh ich mal voraus. Im Grund kann ich's ja ganz gut verstehen, was hier so läuft, werde ich kaum vertreiben. Einer Riesenhaufen, ein Schweine rein, naja, es geht halt quer im Wagen. Und dazu, da macht persönliche Situation noch recht zum Kotzen. Ja, und dann ist ja kein Wunder, dass man's nicht mehr hören kann. Aber Augen zu und weghören, hat ja auch keinen Zweck. Ja, man kann sich parfümieren und steckt doch bis zum heißen Dreck. Und das jeden Tag und jede Stunde, die der Liebe dort uns gibt. Ach ja, dies ist ein positives Lied. Denn, dass der ganze Scheiß hierbei zusammenbricht, da bin ich optimistisch. Dass wir dann ja auch die Nötigstrukturen haben, okay. Da bin ich optimistisch. Ob was wirklich ganz ohne Gewalten kriegen, das sieht zwar nicht so aus. Aber da ich hier ein positives Lied spielen will, geh ich mal voraus. Denn eigentlich haben wir ja schon angefangen und das sicher nicht erst heute. Ob man's glaubt oder nicht, wie in diesem Land gibt's so viele coole Leute. Die schließen sich zusammen. Die sind solidarisch und spielen hier nicht mehr mit. Ein positives Lied. Denn, dass der ganze Scheiß hierbei zusammenbricht, da bin ich optimistisch. Dass wir dann ja auch die Nötigstrukturen haben, okay. Da bin ich optimistisch. Ob was wirklich ganz ohne Gewalten kriegen, das sieht zwar nicht so aus. Aber da ich hier ein positives Lied spielen will, geh ich mal voraus. Dass der ganze Scheiß hierbei zusammenbricht, da bin ich optimistisch. Dass wir dann ja auch die Nötigstrukturen haben, okay. Da bin ich optimistisch. Ob was wirklich ganz ohne Gewalten kriegen, das sieht leider nicht so aus. Aber da ich hier ein positives Lied spielen will, geh ich mal voraus. Ja, 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 ja. Gute Sache, danke schön. Ich komme jetzt noch zum Ende. Ich komme jetzt noch zum Ende.